Heyo, hier ist Ronja und wir sind wieder added again mit den animierten Geschichten. Ich habe einen Bad Boy gedatet, um beliebt zu sein, ja? Okay, ich habe das zwar nicht gemacht in meiner Schullaufbahn, aber hätte ich vielleicht machen sollen. Vielleicht wäre ich dann beliebt gewesen. Aber habe ich leider meine Chance verpasst, aber es ist ja nie zu spät im Leben, ja? Das müsst ihr euch immer denken. Es ist nie zu spät. Es könnte immer noch beliebt sein. So wie, wie auch immer, unsere Protagonistin heute heißt. Let's go. Hi, ich bin Hazel. Hallo Hazel. Es ist mein Abschlussjahr. Die beste Zeit meines Lebens, nicht wahr? Ich dachte, ich würde mit meinen Freunden verrückte Sachen machen. Auf Partys gehen. Statt... Hazel, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber so verrückt ist das gar nicht. Also, ich war ein kleiner Draufgänger. In meinem Abschlussjahr war ich auch auf Partys. Wup, wup. Dessen sitze ich zu Hause und mache Hausaufgaben. Du Loser, Hazel. Wie kannst du nur, Hazel? Ich war kein... Warte, seriously? Also, warum haben sie die Szene eingeblendet? Ich... Ich hab so viele Fragen, ne? Warum würden sie die Szene einblenden und dann nicht wenigstens Ton drunter legen? So ist es einfach nur weird. Ich war kein beliebtes Mädchen. Mama erlaubte mir nicht, trendige Kleidung zu tragen. Aber ich wollte meine Schulzeit so leben, dass ich mich an sie erinnern würde. Weißt du, was ich meine? Ich ging zwar mit ein paar Jungs aus, aber sie waren aus meinem Quizball-Team. Ich wusste... Ich hab... Ich bin in meiner Schulzeit nicht mit einem einzigen Jungen ausgegangen, ja? Und ich würde trotzdem sagen, war okay. Ja? War nicht super unbeliebt. War auch nicht super beliebt. Vielleicht war das mein Fehler. Aber, ähm... Hazel, ich weiß gar nicht, wo der Problem ist. Dass Gapes mit Bad Boys nie gut enden konnten. Aber ich wollte wirklich mit ihnen abhängen. Ladies, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin eine Lady. Ich fühl mich angesprochen. Verstehe ich sie? Nicht sicher. Eines Tages beschloss ich, zum Teufel mit der Zukunft. Ich will jetzt leben. Und so begann meine schreckliche Geschichte. Ich hörte... Ich fing an, mir Heroin zu spritzen. Ich bin dann unter der Brücke gezogen. Und so weiter und so fort. Nimm ein Kennz. ...auf mich darum zu kümmern, was meine Mutter dachte. Und fing schließlich an, Kleidung zu tragen, die mir gefiel. Ein kurzer Rock schien mir eine tolle Idee zu sein. So etwas hatte ich noch nie getragen. Ich erwartete, dass alle Augen auf mich gerichtet sein würden. Aber keinen hat es interessiert. Jeder hat sich gedacht, okay. Schön. Dann trag halt einen Rock. Es ist wahrscheinlich Sommer und warm. Es ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber ich dachte nicht, dass man mich auslachen würde. Amber war die Oberzicker an unserer Schule. Sie machte ein Foto von mir und lud es auf Instagram hoch. Zusammen mit einer unhöflichen Caption. Was hat sie geschrieben? Erst wollte ich weglaufen, aber... Was war die... Was war die Caption? Jetzt lässt du dich nicht so hängen. Zum ersten Mal in meinem Leben wollte ich mich rächen. Ich war so wütend, dass ich sie schubste. Sie fiel über... Die hat einfach einen Backflip gemacht. Nichts da schubsen. Du hast die umgenietet. Wollte ich mich rächen. Hier, warte kurz. Ich war so wütend, dass ich sie schubste. Sie fiel über den... Habt ihr das gesehen? Die Beine sind hoch und dann nochmal runter. Die hat sich einmal komplett umgedreht. Tisch und griff sich ins Gesicht. Alle schauten mich an. Ich war extrem nervös. Du, ich hätte dich auch angeschaut, nachdem du die so weggejietet hast, dass sie eine Umdrehung macht und dann auch auf dem Rücken landet. Als wollte ich es tun. Sie tat mir so leid. Und ich wusste, dass ich jetzt große Probleme bekommen würde. Amber wurde in einem Krankenwagen abtransportiert. Sie hatte sich den Kiefer gebrochen. Alter. Ich wollte ihr nicht wehtun. Ich wollte es ihr nur heimzahlen. Meine Eltern wurden sofort in die Schule gerufen. Du hast nicht mal erzählt, was die Unterschrift war. Wie soll ich denn jetzt hier einschätzen, dass es verhältnismäßig war oder nicht? Wenn sie geschrieben hat, haha, die ist ja doof, dann nein. Aber wenn sie geschrieben hat, haha, den Rock hat sie bestimmt geklaut in einem Ladendiebstahl. Ich habe sie beobachtet und sie ist eine Kriminelle und dann die Polizei taggt, dann wäre es gerechtfertigt. Weil dann wäre das ja einfach eine Lüge. War ein großer Skandal. Sie mussten für ihre Behandlung bezahlen. Ich wurde nur dadurch gerettet, dass ich einen ausgezeichneten Ruf und gute Noten hatte. Danach schauten mich die Leute anders an. Weil die Angst hatten. So reagieren Leute, wenn sie Angst haben. Niemand sprach hinter meinem Rücken über mich. Ja, weil sie Angst haben. Es war, als hätten sie begonnen, mich zu respektieren. Nein! Immerhin hatte Amber viele Stimmungen und Leben ruiniert. Und ich hatte ihr eine Lektion erteilt. Du hast sie ins Krankenhaus gebracht. Sie hat sich den Kiefer gebrochen. Stolz auf mich. Aber ich hatte immer noch nicht das Gefühl, einen Halt gefunden zu haben. Aber dann passierte etwas Unglaubliches. Jax fing an, mit mir zu reden. Okay, Jax ist ein Bad Boy. Das erkenne ich an seinem Hals-Tattoo. Das weiß jeder. Nur Leute, die cool sind, haben Hals-Tattoo. Jax war einer der Jungs, mit denen mir meine Mutter verboten hatte, Zeit zu verbringen. Ein richtig böser Junge. Ein böser Junge. Ja, weil er hat noch zwei Arm-Tattoos. Ein Hals-Tattoos plus zwei Arm-Tattoos gleich böser Junge. Er war als der größte Unruhestifter in der Geschichte der Schule eingegangen. Er lud mich zu seiner Party ein. Und so ging es weiter. Ich war noch nie so nervös gewesen. Ich hatte nichts anzuziehen. Alle meine Kleider waren schlicht. Hässlich? Und ich musste alle für mich gewinnen. Also kaufte ich eine alte Jacke und... Oh Gott, das mit dem Kopftuch. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob du da an was dran bist. Zerrissene Jeans. Ich sah richtig cool aus. Du siehst aus wie ein Pirat. Wie eine andere Person. Ja, wie ein Pirat. Ich war mir sicher, dass ich verarscht wurde. Aber als ich bei Jax ankam, gab es wirklich eine Party. Er war sehr froh, dass ich da war. Er sagte, dass ich fantastisch aussehe. Seine Freunde warteten drinnen. Meine Hände begannen zu schwitzen. Ich bekam wieder dieses seltsame Gefühl. Als wäre ich dort ein Fremder. Die Mädchen sprachen mit mir, als ob wir alte Freunde wären. Ich war es gewohnt, leise zu sprechen, aber... Okay, die haben aber... Das Ding ist, die haben alle merkwürdige Outfits an. Also fällt das gar nicht so auf. Sie hat ihren grünen Trainingsanzug an mit einer schiefen Mütze. Die links hatten... Keine Ahnung, was Rapper in den 2000ern aufhatten. Diese Bandana-Kopftücher. Ich fing an zu tanzen und mit allen anderen laut zu lachen. Wir spielten Luftgitarre und sprangen auf Sofas. Es war unglaublich. Wie cool. Zumindest dachte ich das. Ich tanzte mit Jax und mein Herz schlug so schnell. Frage. Was ist das? Hat sie eine Tüte um ihren Kopf gebunden? Und... Also hier ist ja eine klare Linie. Und danach ist ja die Farbe hier anders. Dann nahm er meine Hand und wir gingen in den zweiten Stock hinauf. Wir kamen uns näher und ich bekam am ganzen Körper Gänsehaut. Und dann küssten wir uns. Es war nicht mein erster Kuss. Okay. Aber es war so wild. Das stimmt, die hatte ja schon 15.000 Freunde, die Kleine. Hier. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, nicht mehr Hazel das brave Mädchen zu sein. Das war noch nicht alles. Danach lud er mich auf einen Ausflug ein. Nur wir beide. Mit einer Übernachtung. Ich wusste zwar, worauf er hinaus wollte, stimmt aber zu. Ganz kurz. Warum gewittert es da? Warum gehen die in ein Spuchhotel? Wollen die Geister jagen? Wenn ich nur bewusst hatte, wie diese Reise enden würde. Erzähl es mir. Als ich nach Hause kam, beobachtete mich meine Mutter wie ein Falke. Sie sagte, dass sie mehr von mir erwarte und dass sie enttäuscht von mir war. Aber weißt du, was ich tat? Ich beschloss... Du übergabst dich auf ihre Füße. ... nicht die Klappe zu halten und sagte ihr alles. Ich sagte ihr, dass ich das geworden sei, was ich immer sein wollte. Und damit muss sie sich abfinden. Sie schrie ein wenig, aber dann beruhigte sich alles und wir gingen ins Bett. Okay. Jetzt war ich super beliebt. Und ich hatte mich in Jax verliebt. Aha. Am Montag wusste die ganze Schule, dass wir zusammen waren. Wir waren die ganze Woche nicht von der Seite des anderen gewichen. Wir haben ständig geflirtet und uns heimlich geküsst. Wenn wir in der Schule herumliefen, waren die anderen so eifersüchtig auf mich. Warum? Ich hatte das Gefühl, alles bekommen zu haben, wovon ich geträumt hatte. Aber... Ist Jax so ein krasser Dude? Ist es wirklich, dass die Leute sagen, boah, da bin ich voll eifersüchtig? Ich muss etwas gestehen. Manchmal schien es, als ob das Leben nicht mein Leben wäre. Ich hatte mir selbst bewiesen, dass ich beliebt sein konnte. Ich hatte alle Regeln gebrochen. Aber ich wusste nicht, wie weit ich gehen konnte. Nein? Freitagabend haben wir hin und her gesinst. Er schickte mir eine SMS, dass er den morgigen Abend für mich unvergesslich machen würde. Ich konnte in dieser Nacht vor Aufregung überhaupt nicht schlafen. Endlich war es Samstag. Ich hatte gerade fertig gepackt, als ich das Dröhnen eines Motors hörte. Mama war zwar nicht einverstanden, aber sie konnte mich nicht mehr aufhalten. Als ich nach draußen ging, sah ich Jack im Auto. Und seine Freunde. Aber ich dachte, dass nur wir fahren würden. Hör doch mal auf. Ey, so mit dem Ballonkopf hier. Das ist wirklich besorgniserregend. Was soll denn? Wieso hat sie das? Ich hatte nicht den Mut zu fragen, warum... Wie kann sie da drinnen überhaupt reden? ...ein Mädchen in seinem Auto saßen. Und so fuhren wir los. Wir hielten am Laden an. Seine Freunde alberten auf dem Parkplatz herum, während er mir die Tür öffnete. Ich dachte, wir würden zusammen reingehen und Marshmallows und Hotdogs kaufen. Aber Jacks hatte andere Pläne für mich. Er gab mir das Geld und sagte mir, ich solle in die Apotheke gehen und... Kondome kaufen. Ich starrte ihn schockiert an. Warum hat er das von mir verlangt? Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Denn er beugte sich zu meinem Ohr und sagte... Du bist doch ein böses Mädchen. Was ist also das Problem? Ich hatte Angst, dass er herausfinden würde, dass ich nur vorgab, cool zu sein. Also nahm ich das Geld und ging in die Apotheke. Wie alt ist sie? Sie ist doch alt genug, oder nicht? Ist doch alles easy. Also, wo ist sie denn denn, ein böses Mädchen? Come on! Solche Angst und schämte mich. Ich hatte gehofft, es wäre niemand drin. Und ich hatte Glück. Ich ging zum Schalter und wollte es so schnell wie möglich hinter mich bringen. Aber ich bekam die Worte nicht heraus. In diesem Moment öffnete sich die Tür und zwei Kunden kamen herein. Sie waren direkt hinter mir. Cooler Bart. Ich fühlte mich wie ein kleines Mädchen, dessen Mutter sie allein in der Schlange stehen ließ. Ich hatte das Gefühl, der Apotheker würde mich verurteilen. Alter, kann erst mal. Kann der Jack oder wie auch immer er heißt, das nicht selber kaufen? Weil ansonsten sieht sie doch die Leute nie wieder. Das kann ihr doch sowas von egal sein. Und als ich endlich das richtige Wort herauspressen konnte, fragte sie mich nochmal. Ich musste es lauter wiederholen. Und dann stellte sie die Schachtel ab, damit sie alle sehen konnten. Das war so peinlich. Ich war so nervös, dass ich zitterte. Ja, ich war stolz, dass ich es geschafft hatte, aber war es das wert? Ich war besorgt darüber, was Jack mit einem unvergesslichen Abend meinte. Aber es gab... Ich dachte, du meintest am Anfang, du weißt, worauf er hinaus will. Du sendest mir gemischte Signale, junge Lady. Kein zurück mehr. Ich liebte ihn und ich glaubte, dass er mir nicht wehtun würde. Ich mach die ganze Zeit meine Tarschläste auf. Besser als einen Ballon auf dem Gesicht zu haben, ich sag's ganz ehrlich. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass mit dem Mädel rechts irgendwas nicht stimmt. Danach wartete ich im Zelt auf Jacks. Ich musste mit ihm reden. Jack oder Jacks, entscheidet euch. Was ist Jacks für Name? J-A-X? Aber als er hereinkam, konnte ich kein Wort sagen. Er küsste mich und mir drehte sich der Kopf. Es war so schön. Vielleicht war das gar keine so schlechte Idee. Aber dann fühlte ich mich unbehaglich. Mir wurde klar, dass ich nicht bereit dafür war. Dann sag halt nein. Ich bat ihn aufzuhören. Gut. Aber er ignorierte mich. Dann sag halt nein. Das machte mir Angst und ich fing an zu schreien. Und er grinste nur. Als seine Freunde angerannt kamen, dachte ich, ich wäre gerettet, aber... Sie haben alle nur gelacht. Jack fing sofort an, auch zu lachen. Mir kamen die Tränen in die Augen und ich rannte aus dem Zelt. Dann kam Jack auf mich zu und sagte, es war alles ein Streich. Ich habe meinen Ohren nicht getraut. Es stellte sich heraus, dass sie mich von Anfang an durchschaut hatten. Sie wollten wissen, wie weit ich gehen würde, während ich vorgebe, cool zu sein. Was für ein lustiger Prank. Was für ein sauwitziger Prank. Er sagte, dass er nicht an meinem Image interessiert sei. Er mochte mein wahres Ich. Er sagte auch, dass sie alle ganz normale Leute seien. Dass sie einfach nur sie selbst waren. Ja, Mist, Ballonkopf. Du bist nicht normal. Du bist einfach nur gewalttätig, glaube ich. Das ist eigentlich das wahre Problem. Er ist ein Prankster. Das haben wir jetzt ja schon established. Die Freunde haben eigene Probleme. Das wissen wir schon. Klar, dass es mich nicht glücklich machen würde, mich zu verstellen. Jetzt war ich ich selbst. Hazel, das brave Mädchen. Und ich hatte eine tolle Zeit. Wir hatten Spaß und aßen Snacks. Ich spielte Gitarre und sie fanden das cool. Jax hat mich umarmt und... Das war wirklich fantastisch. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Das sind die Erinnerungen, von denen ich immer geträumt hatte. Ich weiß nicht, wie das alles enden wird. Aber ich will nicht darüber nachdenken. Aber dir gebe ich einen gut gemeinten Rat. Gib mir einen gut gemeinten Rat. Sei du selbst. Das war's. Weirde Story. Mrs. Bad Girl. Also... Ja. So viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert diesen Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr und auch keine Ich-Passiert-Geschichten, denn die machen wir ab und zu. Ich lade fast jeden Tag hoch. Also, ähm, ne? Manchmal lade ich auch drei Tage lang einfach nicht hoch, weil ich zu faul bin zu filmen. Das tut mir dann immer leid. Aber ich gebe mein Bestes, ja? Also mindestens mal... Ich will kein Minimum nennen, weil dann halte ich mich eh nicht dran. Aber ich lade fast jeden Tag hoch. Okay, einigen wir uns einfach darauf. Folgt mir gerne auch auf Instagram. Da poste ich jetzt ein bisschen mehr als früher. Es ist echt richtig Ronja. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.